Nase ab, na ich hoffe ja mal nicht, aber mal schauen wie oft das der Fall sein wird und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Feinds 2015. Das Rennenwochenende im Fürstenturm in Monaco steht an und wir sehen nochmal die Punkteübersicht. Blende ich einfach nochmal so als kleine Erinnerung ein, wir haben immer noch 0, mal schauen, ich schätze ja mal, dass wir die ganze Saison so weiter gehen. Aber nicht verzagen, wir werden jetzt einfach ein neues Rennenwochenende starten, Monaco Light Planken Festival. Also ich bin ja mal gespannt, also ich habe dieses Jahr noch mehr Probleme als letztes Jahr den Wagen zu kontrollieren, aber ich bin froher Dinge und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Und natürlich kontrollieren wir wieder die Renneinstellungen, Experte weiterhin, so wird es auch noch in Kanada sein, die Folge in Spanien, also das freie Training ist soweit noch gar nicht raus. Aber ich habe es ja gesagt, ich will die drei Rennenwochenenden auf jeden Fall so fahren und Spanien hat es für mich auf jeden Fall bestätigt. Wir waren näher dran, wir hatten mehr zu tun, wir konnten taktisch erfahren, wir konnten uns denken, na, was machen wir mit den Strafen, werden wir noch vor dem Manama Russia landen? All das natürlich hier weiter. Elite hat auf jeden Fall einiges zu einem doch unterhaltsamen Rennen, wie ich es so empfunden habe, beigetragen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Und dann können wir hier auch schon weitergehen und dann, ja, gebe ich mal gewissermaßen ab an die zwei hier. Willkommen in Monaco. Das hiesige Rennen ist eins der traditionsreichsten überhaupt. Der Stadtkurs von Monte Carlo sorgt immer für spannende und dramatische Momente, da die Absperrungen so eng stehen. Viele Gelegenheiten zum Überholen gibt es hier nicht, also ist ein gutes Setup absolut wichtig. Monaco bietet eine enge, herausfordernde Strecke, auf der die Fahrer oft Rad an Rad kämpfen. Es fehlen zwar gute Überholmöglichkeiten, aber dafür bietet Monte Carlo eben dieses einmalige Gefühl von Glanz und Glamour. Monaco ist die wohl prestigeträchtigste Strecke der Formel 1. Kein Wunder also, dass sie bei Formel 1 Fans auf der ganzen Welt außerordentlich beliebt ist. Etwas ganz Besonderes eben. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 kmh gefahren und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Ja, denken wir doch nochmal an Kimi Räikkönen im letzten Jahr. Aber Setup ist ein ganz gutes Stichwort, dazu komme ich gleich. Und ansonsten habt ihr mal auf den Benzinverbrauch geachtet. Wir haben hier ungefähr, sagen wir jetzt mal, 1 Kilo pro Runde. Natürlich etwas mehr haben wir ja gesehen, aber das sollte uns die ganze Sache doch etwas einfacher machen. Und dann würde ich sagen, Setup habe ich bereits angesprochen. JGamer hat mir ja mal ein Around Allzweck Setup gegeben. Wo man eben letztendlich eigentlich bloß den Flügel und eben Benzin, je nachdem wie man gerade fährt, anpassen sollte. Das habe ich mir mal soweit hier in das Spiel übernommen. Bin wieder beim Speichern. Aber man kann jetzt mittlerweile hier rausgehen. Wunderbar. Codemasters. Es gab nämlich wieder ein Update. Dadurch wurde zum Beispiel ein Fehler, 41 beim Bänden des Spiels behoben. Will ich jetzt gar nicht mal weiter darauf eingehen, aber gab es auf jeden Fall. So, ich möchte überschreiben, eigenes Setup speichern. Nein, ich möchte laden. Monaco. Genau, das wollen wir laden. Und wir schauen mal kurz drauf. Wir gehen auf jeden Fall rein. 11, 9. Ja, und den Rest blende ich einfach mal so ein für euch. Ich hoffe, ich habe das von JG immer soweit richtig übernommen, aber ich denke mal schon. Und dann eben Benzin. Habe ich mir mal 100 Kilogramm eingestellt. Warum? Weil ich möchte etwas an diesem Rennwochenende probieren. Dazu später mehr. 100 Kilo. Wir können auch mal kurz schauen. 10 Kilo müssten ja 10 Runden sein. Ah, upser. Na, falsch. Ja, 10 Kilo, na gut. 9 Runden. Weil wir eben... Was hatten wir da stehen? 1,08? Ja. Also man kann sagen, 10 Kilo und 9 Runden. Ist auf jeden Fall einfacher zu rechnen. Aber ich möchte was ausprobieren. Das Rennwochenende wird auf jeden Fall etwas zum Probieren. Für den Anfang auf jeden Fall. Ich habe da auch noch einen Kommentar von Tobias, den ich soweit gelesen, beantwortet habe. Und den möchte ich hier auch noch umsetzen. Aber erst mal das. Und zwar möchte ich nämlich mal schauen, was die Anzeige jetzt genau bedeutet. Diese Benzinanzeige im Infofenster. Dazu gehen wir einfach mal auf die Strecke. Rausfahren. Ja, wir fahren selbst raus. Ja, wundert mich soweit nicht. Wir fahren mit den härteren Reifen, also... Die härteren Reifen sind heute die Soft und die weicheren die Super Soft. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Eine weichere Reifenmischung. Mehr Grip. Halten zwar nicht so lange, aber gefällt mir grundsätzlich besser. Das ist die... Oh Gott, die Ausfahrt. Hier wird wieder was. Stimmt, die muss ich auch noch üben. Vor allem im zweiten Gang anfahren. Da kommt mir doch so gerne das Heck rum. Hupsah. Ja, hier gibt es ja mittlerweile bloß noch Verwarnungen, also das Strafen. Das wird ein echter Test. Und zwar nicht nur deiner Fähigkeiten, sondern auch deiner Disziplin. Selbst bei einer vorsichtigen Runde sind die Absperrungen immer sehr nah. Wenn du nicht präzise fährst, hängst du drin. Also achte auf einen konstanten Rhythmus. An erster Stelle steht die Sicherheit. Danach kommt das Tempo. Alles klar? Absolut korrekt, was er da sagt. Und ich finde es interessant. Schaut mal, bei Benzin steht jetzt genau die Rundenanzahl, die wir jetzt drin haben. Wir haben ja 100 Kilo drin für, ja, über 90 Runden. Aber manchmal hat er mir auch angezeigt, wenn der Tank fast leer war, plus 5. Ist die Anzeige doch nicht so verlässlich, aber gerade zeigt er an, Benzin, wirklich unsere Tankrunden, die wir damit fahren können. Naja, das wollte ich bloß mal ausprobiert haben. Ich werde direkt wieder reinfahren, denn ich fahre hier nicht mit 100 Kilogramm um den Kurs. Da kommt schon der Erste an. Das ist schon der Nächste. Ja, ich bin gerade ziemlich langsam, ist mir auch bewusst. Ich wollte auch gleich wieder reinfahren, aber mit 100 Kilogramm. Da kann es schon mal ordentlich zur Sache gehen. Das wollte ich auf jeden Fall mal herausfinden. Ist die Frage, ob das wirklich so übernommen werden kann. Wir werden das mal weiterhin beobachten, dieses Rennenwochenende, was die Anzeige bedeutet. Indem wir uns einfach mal unsere Kilogramm, beziehungsweise die Tankrunden merken. Gut, dann hätten wir Punkt 1 der Agenda schon abgearbeitet. Und der zweite Punkt kam von Tobias. Hat er mir unter das Qualifying von China geschrieben. Müsste sie China gewesen sein, ja. Dass, wenn ich mehr als eine halbe Runde auf Head fahre, der Motor überhetzt. Also das würde letztendlich dazu führen, dass der Wagen generell langsamer wird. Musste ich, ja, habe ich auch schon festgestellt. Habe ich Tobias auch soweit geschrieben. Aber ich habe es bisher noch nie angesprochen. Aber ich würde sagen, da du das direkt angesprochen hast, werden wir das einfach mal in diesem freien Training ausprobieren. Also, ich habe mir was überlegt, wie wir das am besten hinbekommen, dass wir auch wirklich den Motor nicht überdrehen, aber auf Fett fahren. Das werden wir gleich angehen. Aber erst mal pumpen wir mal wieder... Das ist Alonso vor uns, oder? Ja. Pumpen wir etwas Sprit aus dem Tank. So, bist du Jeff? Unser Renningenieur. Nehme ich jetzt mal an, weil er gibt unsere Daten, unser Tablet hier für das Setup. Und dann schauen wir jetzt mal... Ganz hinterher ist jetzt wieder ein Geklicker. Also früher hat man einfach die Taste gedrückt gehalten. Mittlerweile macht es das ja mit den Schaltweppen, nicht mehr mit dem Analogstick. Naja. Also das ist auf jeden Fall zu viel. Nein, wir sehen es nochmal. Voller Tank, das waren wirklich die Runden, die er uns da in etwa angezeigt hat. Ja. Nehmen wir jetzt mal weniger mit. Ja, zwölf Runden reichen etwa so. Genau. Setup passt eigentlich soweit. Reifen müssten wir uns eigentlich nicht großartig anschauen. Keine Abnutzung vorhanden in der Auslaufrunde. Die Reifen haben ja an sich für die Auslaufrunde oder für die Aufwärmrunde, sage ich jetzt mal, quasi eine Extraschicht Gummi, damit die eben auf der schnellen Runde wirklich optimal sind. Gut, dann würde ich sagen, war es das hier schon wieder und wir fahren wieder raus. Also ich gehe jetzt mal dem Kommentar von Tobias nach. Ich stelle den Motor gleich mal auf Fett. Und vorher werde ich noch was anderes machen und zwar habe ich gesagt, ich will den Wagen nicht überdrehen. Und da ich eben selbst schalte und das eben jetzt mal ausschließen möchte, werde ich das Getriebe auf Automatik stellen, aber bloß für den Test. Ansonsten fahre ich immer manuell und das ist auch schneller und man hat einfach viel mehr taktische Möglichkeiten. Also, hier war es nicht. Fahrhilfen. Einstellung, Rennen, Leitung. Session Optionen. Ah, hier unten ist das. Okay. Also, Getriebe. Automatik. Wie gesagt, ich will den Motor meinerseits nicht überdrehen. Wir werden auf Fett fahren, den Wagen soweit konstant halten und ich werde mal die Temperaturanzeige offen haben. Noch kann ich nichts am Benzingemisch verstellen. Oh, die Ausfahrt jetzt wieder. Wie übergibt er eigentlich? Schaltet das Lenkrad mal gerade? Okay, übergibt auch gerade. Ach, stimmt ja, ich habe jetzt geschalten, aber es ist nichts passiert. Stimmt ja, ich weiß ja warum. Der schaltet ja nach Geschwindigkeit. So, jetzt gehen wir mal auf Fett und fahren jetzt mal so weit es geht am Limit. Und wir schauen mal auf die Motorradtemperatur. Oh Gott. Scheiße. Ja, 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 ist soweit schon alles richtig. Ich schalte noch währenddessen wie gewohnt weiter, aber es tut sich nichts am Wagen. Aber der Motor wird heiß. Warum wird er heiß? Weil wir langsam unterwegs sind und keine Luft zum Kühlen reinkommt. Jetzt natürlich der Frontflügel beschädigt. Der Motor ist schon rot, aber ich schätze mal, das liegt daran, dass wir so langsam unterwegs waren. Ach du Scheiße, ist das beschissen so zu fahren. Also ich kenne es ja als Grand Prix 4, aber mit dem Lenkrad ist das nochmal eine ganz andere Sache. Vor allem wie er den ersten Gang überdreht. Oh Gott, oh Gott. Flügel kaputt, ja. Okay, wisst ihr was? Einfach, weil ich den Test jetzt hinter mich bringen möchte und das eben auch gut, werde ich mal direkt zurückspringen. Jetzt die Nase wieder ganz, sollte soweit alles noch passen. Also raus und wir fahren direkt nicht raus, sondern wir lassen uns mal auf der Strecke spawnen. Fliegende Runde also. Also jetzt nochmal Konzentration, ich habe auch etwas gelauscht, was er so gesagt hat. Oh Gott, was liegen hier für Teile rum? Habt ihr das gesehen? Boah, das ist so scheiße, weil der fährt ja automatisch im ersten Gang an, weil der schaltet ja automatisch. So könnte ich nie fahren, vor allem nicht mit dieser Generation. Oh Gott, oh Gott. Ist noch ein Fett, okay. Wir achten mal auf den Motor noch. Ist er grün? Ach, ich schalte schon wieder, obwohl es nicht geht. Ich muss ja auch beim Rausbeschleunigen achten, wenn der in einem zu niedrigen Gang ist. Dann habe ich nämlich ein Problem. Dann habe ich noch mehr Probleme mit dem Rausbeschleunigen. Jetzt schalt doch runter, Mann, wir untersteuern. Ein zu hoher Gang sorgt für untersteuern. So kann das doch nichts werden. Also noch ist der Motor grün. Besonders schnell sind wir jetzt zwar nicht unterwegs. Oh Gott, so könnte ich nicht fahren, ey. Der fährt in einem viel zu niedrigen Gang an. Das gefällt mir gar nicht. Teilweise sogar der erste. So, jetzt kann ich Vollgas geben. Vor allem bloß lenken und nicht schalten. Das ist irgendwie kacke. Überhützt der Motor schon, weil wir... Jetzt schalt doch mal runter. Weil wir zu langsam sind. Oh, wie spät der erst runterschaltet, ey. Also langsam finde ich mich rein, wenn ich dazu nicht quatsche. Ist trotzdem sehr ungewohnt. Und jetzt verdeckt mir gerade die Anzeige. Ah, der Motor ist schon rot, okay. Ich habe jetzt der S gar nicht benutzt. Eigentlich will ich die jetzt vorbeilassen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Tests. Wir haben gesehen, der Motor ist an sich überhitzt worden. Jetzt lassen wir den eben mal abkühlen, solange keiner hinten ankommt. Der ist jetzt schon gelb. Gleich wird er grün. Und jetzt fahre ich mal auf Marge. Und wir schauen mal, ob der Motor sich wieder überhitzt. Ich will gucken, ob der Motor wirklich... Ach Gott. Ja, so wird das nichts. Mit diesem beschissenen Getriebe. Okay, Teil 1 haben wir schon abgeschlossen. Eigentlich sind es vier Teile. Aber... Dazu später mehr, wenn wir das mal hinter uns haben. So, jetzt fahre ich wieder direkt raus. Das war die Taste dann. Es ist nämlich noch die Frage, wenn der Motor behitzt, haben wir wirklich einen Leistungsabfall? Sollte ja soweit sein. Aber das müssen wir auch mal beobachten. Aber nicht in Monaco. Das können wir in Kanada mal ausprobieren. Ich will hier nämlich auch noch das freie Training dazu nutzen, um einfach auf der Strecke gut zurecht zu kommen. Ach, das war jetzt die... Ja, die Bremsbalance, die wir immer verstellen können. So, nochmal. Danke fürs Anschieben. Jetzt habe ich auch fettgestellt. Weil die Anzeige so langsam ist. So. Jetzt schalte ich schon wieder, obwohl ich nicht schalten kann. Jetzt schauen wir mal, ob der Motor grün bleibt. Und ich sehe mal zu, dass ich hier auf der Strecke bleibe. Also mehr Ruhe als gequatsche. Oh Gott. Ja, schalt doch mal. Er dürfte ja an sich nicht rot werden, weil wir abgesehen vom ersten Gang wirklich im optimalen Drehzahlbereich sind, weil der immer optimal schaltet, möchte man meinen. Ja, und da kann das nichts werden. Okay, ehe ich jetzt wieder zurückgehe und wir haben ja schon eine gewisse Runde hinter uns, werde ich jetzt einfach mal die Rückblende verwenden, einfach um diesen Test mal abzuschließen. Ich will einfach herausfinden, ob der Motor jetzt auf mager, rot wird, überhitzt. Mehr will ich hier gar nicht herausfinden, aber es sieht wirklich so aus, als ob der im grünen oder maximal im gelben Bereich bleibt. Und dann bleiben wir die Reifen stehen. Boah, die Kurve könnte ich mit Automatikgetriebe gar nicht nehmen, ey. Reifen überhitzt. Ja, wir haben abgekürzt. Solange wir jetzt keine Strafe deswegen kassieren. Aber der Motor bleibt grün. Ich würde sagen, wir fahren rein. Teil 1 des Tests. Das ist soweit abgeschlossen. Also, ich sage mir jetzt, ich hoffe mal, ja, es würde soweit passen, weil wir waren ja im optimalen Drehtzerbereich. Fahren wir auf Fett, obwohl wir nicht den Motor überdrehen beim Schalten, weil wir einfach zu spät schalten. Dann wird der Motor wirklich zu heiß. Und wenn wir auf mager fahren, dann wird er auf jeden Fall nicht zu heiß. An der Schaltung kann es nicht liegen. Wir hatten Automatikgetriebe. Vielleicht eben noch an der Geschwindigkeit, weil wenn wir schneller fahren, strömt mehr Luft in die Seitenkästen, beispielsweise. Und dann wird der Motor einfach gekühlt. Aber ich werde das Ganze nochmal in Kanada ausprobieren. Auf der Geraden. Dann schauen wir einfach mal, was für eine Höchstgeschwindigkeit wir erreichen, wenn der Motor rot ist. Und wenn er eben im optimalen Temperaturfenster, sprich grün ist. So, das Erste, was ich aber machen werde, ist mal hier diesen Mist ausschalten. Halt, das war bei Session Option. Also, ich sage euch Leute, wer mit Automatik fährt, mit Lenkrad vor allen Dingen, schaltet das Zeug aus. Nehmt euch einfach die Zeit am Anfang. Das ist schon zwar länger her bei mir, habe ich zwar auch wirklich gebraucht, um den Wagen wirklich ordentlich auf der Strecke zu halten. Mit der Schaltung. Ich habe den Motor ganz schön gequält, kann ich euch sagen. Aber das hat sich innerhalb von zehn Runden wirklich eingespielt. Klar, ihr müsst euch von Strecke zu Strecke dran gewöhnen. Aber man hat es drauf. Man kann dann taktisch erfahren. Man kann zum Beispiel Shortshifting betreiben. Man kann die Motorbremse beim Anbremsen nutzen. Man kann mit Über- oder Untersteuern gezielt arbeiten. Also, man hat viel mehr taktische Möglichkeiten. Ich sage es euch, wenn ihr mit Lenkrad unterwegs seid, dann auf jeden Fall. Mit Controller kann ich nicht sagen, weil habe ich noch nie ein Formel-1-Spiel mit Controller gespielt, wie das da ist. Aber auf jeden Fall schaltet selbst. Das macht einerseits mehr Spaß. Ihr habt taktische Möglichkeiten. Und ja, das war es eigentlich schon. So, jetzt aber mal wirklich Fahrpraxis sammeln. Ordentlich schalten. Wenig Benzin im Tank. Jetzt geht das Training richtig los. Aber dafür ist das Training da. Wir probieren einfach Sachen aus. Eigentlich sollten wir auch am Setup arbeiten oder Trainingsziele erfüllen. Aber Forschung und Entwicklung gibt es ja dieses Jahr gar nicht mehr. Gut, was sagen denn die Reifen? Bitte mal her mit dem Brett. Eine Abnutzung von 5% ist ja gar nichts. Obwohl die Reifen auch ein paar Mal stehen geblieben sind. Also Benzin werde ich soweit belassen und wir fahren selbstständig raus. Gut, dann trinke ich mal wieder einen Schluck. Es gab gerade ein schönes, leises Pfeifgeräusch beim Trinken. Kein Glück, 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 Glück. Nein. Oder so ähnlich. So, die Temperaturanzeige kommt weg, weil die versperrt mir ja in den Rechtskurven den Scheitelpunkt. So, halbwegs ordentlich rausgefahren, dann kannst du losgehen. Jetzt versuchen wir den Wagen wirklich sauber auf der Strecke zu halten und dann eben langsam das Limit herauszufinden. Hatsch. Wer hat denn da eine Leitplanke hingestellt? Frechheit. Ich taste mich erstmal langsamer ran. Also mit selber schalten. Das ist viel angenehmer, sage ich euch. Jetzt finden wir einfach mal langsam das Limit heraus, weil wenn hier die Nase ab ist, die Runde im Eimer, müssen wir wieder zurück. Das kann echt ein interessantes Rennwochenende werden. Also die Nasen, die wir bis jetzt verloren haben, die zählen einfach mal nicht. Weil das war ein spezieller Test, sage ich mal. Wir müssten ja noch auf Mager fahren, das muss ich noch umstellen. Oh, ich bin da an der Leitplanke hängen geblieben, der Wagen wollte nicht einlenken. Ja, und was mir vorhin schon aufgefallen ist, der blöde Poller ist jetzt endlich wirklich weg. Der ist nicht nur umgefahren, der scheint wirklich komplett weg zu sein. Wir müssen das mal beobachten, wenn wir wirklich der Erste auf der Strecke sind, weil... Oh Gott. Also hier die letzte Kurve, da haben die die Leitplanke etwas zurückgenommen, also man hat mehr Platz, aber die Leitplanken... Diese Werbebanden sind beide gelb, innen und außen, das irritiert ganz schön. So, Sound de Boat. Kann auch interessant werden, vor allen Dingen, wenn die Vorderreifen stehen bleiben, weil dann geht es nur geradeaus und ist der Flügel ab. Und vielleicht haben wir sogar einen Platten. 10 Kilo heißt neun Runden. So, ist einfach alles noch Übung. Wir versuchen einfach mal wirklich den Wagen auf der Strecke zu halten. Wenn wir sehen, das klappt soweit, spielen wir einfach mal, bremsen später, geben eher Gas, lenken anders ein. Einfach langsam herantasten. Hier bremse ich auch etwas eher an, weil wenn mir der Reifen hier stehen bleibt, der Vorderreifen, dann geht es nur geradeaus. Schikane abgekürzt, dann gibt es womöglich noch eine Strafe. Oh Gott, oh Gott. So, kommt da jemand an? Bitte vorbeifahren, das war sogar Alonso. Und da liegt ein Teil, habt ihr das gesehen? Rechts an der Leitplanke lag was. Oh. Also seit 2014, F1 2014, ist Monaco mehr ein Krampf als ein Kampf. Oder beides sogar. Also bei F1 2013 und den vorherigen Teilen, hatte ich nie Probleme mit Monaco. Einerseits eben, weil das Heck jetzt mittlerweile so aggressiv geworden ist. Jetzt auch noch mit dem Bremsen. Also früher war Monaco wirklich, wirklich toll. Aua. Mittlerweile habe ich mit F1 2014, 2015 so meine Probleme. Na ja, mal schauen, ob das irgendwie wieder zurückkommt. Löwskurve heißt die wieder so, weil die hieß ja auch mal Fermont. Also das Fermont Hotel war hier mal, deswegen hieß die auch Fermont, die Kurve. Ich wüsste es gerade aktuell gar nicht. Auf jeden Fall, nächste Kurve oder nächste Abteil ist die Hafenschikane. Wollte schon Schwimmbad sagen, aber ist total falsch. Und dann kommt Tabak, die ich auch sehr mag und dann eben Schwimmbad. Abgekürzt, aber hat das Spiel nicht so erkannt. Blockieren wir die Vorderräder. Ja, beide Banden gelb. Das ist ärgerlich. Muss man sich aber drauf einschießen. Jaja, ich gebe ja mittlerweile Gas. Also jetzt versuche ich mal schneller zu fahren als bisher. So, erster Streckenabschnitt ist geschafft. Und jetzt kommt meines Erachtens der Streckenabteil, der ja wirklich schlimm zu fahren ist. Einerseits das Herausbeschleunigen da oben. Dann hier die Durchfahrt. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher mit den blockierenden Reifen. Und eigentlich wird es für mich erst jetzt wieder so richtig schön. Jetzt Tunneldurchfahrt. Dann eben Hafenschiganne, Tabak und Schwimmbad. Das sind so meine Highlights. Und jetzt kommt Raskas. Das geht an sich eigentlich auch noch, wenn der Wagen da nicht so ausbrechen würde. Aber die Nase ist noch dran. Oh Gott, total vertan. Na, Nase ist noch dran. Ich habe es mal wieder verschrien. Der Flügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Nee, ich riskiere es nicht. Ich wollte jetzt eigentlich so weit zurückfahren, dass ich noch in die Box komme. Aber am Ende brummt er uns noch eine Strafe auf. Oder wir werden disqualifiziert, weil wir jetzt zurückgefahren sind. Nee, das will ich jetzt nicht riskieren. Nee, 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 nee. Das muss nicht sein. Ja, angesprochen. Also mein erster Eindruck. Ja, abgekürzt. Mein erster Eindruck. Sound Devote ist sehr schwierig zu fahren. Klar. Aber hier, das Bergaufstück. Dann gleich. Äh. Die Kurve, aber natürlich ohne Flügel geht natürlich nicht. Ohne noch 5 Minuten. So schnell ging das Training vorbei mit unseren Probereien. Na gut, dann werden wir gar nicht mehr fahren können. Also nach Sound Devote, wenn es den Berg hinauf geht. Die zwei Kurven. Casino. Also der komplette erste Sektor. Der gefällt mir soweit. Der zweite Sektor gefällt mir nicht so wirklich. Also der zweite Sektor geht zwar bis zur Schwimmbadschikane. Aber ich sag mal so, ab Casino bis ungefähr hier. Das ist vielleicht so der schwierige Sektor. Einerseits, weil er mir nicht liegt. Ja. Das wird es auch generell sein. Also der zweite Sektor liegt mir nicht. Und das geht dann eben bis knapp hier hin, wo ich es gerade angesagt habe. Beim Herausbeschleunigen in den Tunnel. Oh, du solltest doch rechts vorbeifahren. Ja toll, jetzt der Reifensatz auch nochmal einmal. Moment. Das muss ich mir nochmal anschauen. Der sollte eigentlich rechts vorbeifahren. Also nach außen gehen. Ich werde jetzt nicht zurückspulen, aber ich will es mir einfach mal anschauen. Ja, wir haben alles gestoppt. Denn der schiebt ja uns an, oder wie? Nochmal zurück und auf den Hintermann ist ein Torosso. Äh, nee. Achso, der geht nach Classe-Mont. Der geht nicht nach Wagen auf der Strecke. Er geht nach Classe-Mont. Oh Mann, ist das doof. Vier halt. Achso. Aha. Vor allen Dingen fährt der Torosso dann gegen den Stapel. Und dann ist der Mercedes irritiert. Moment. Und hier haben die sich angeschoben, oder wie? Pah, die machen ja Sachen. Nochmal zurück. Ich will den Mercedes haben hier. Also klar, dann fährt er nach links. Und dann räumt er uns ab, als er hätte einfach bremsen müssen, aber wollte dem ausweichen und hat nicht wirklich... Die KI hat nicht wahrgenommen, dass vor ihm jemand noch ist. Und dass die da gebremst hat. Das würde ich hier klar. KI-Fehler sagen. Aber ist letztendlich auch nur ein Rennunfall. Würde ich jetzt nicht so schlimm werden. Im Rennen wäre es sehr ärgerlich. Aber hier, der ist einfach... Der fährt jetzt noch stur geradeaus weiter. Ohne zu bremsen. Der schiebt uns einfach vorweg. Na gut. Aber Hauptsache, wir bekommen jetzt keine Strafe, weil wir ja den aufhalten. Ja, was für ein Ende des Trainings. Aber mein Eindruck ist bisher ganz positiv. Also ich habe es mir schlimmer erwartet. Aber vielleicht kommt das eben noch im Qualifying oder spätestens im Rennen, wenn es richtig darauf ankommt. Und ich glaube, links lag wieder was in der Leitplanke. War das wirklich der Stöpsel vom Poller? Kann gut sein. Naja, wir fahren jetzt auf jeden Fall rein. Dann war es das mit dem freien Training. Wir sind letzter geworden. So in etwa würde ich für dieses Rennwochenende auch auf Experte das Ganze hier ansehen. Weil mit dem Drehmoment auf der Hinterachse und dann eben das Anbremsen, das wird wirklich hier besonders schwierig werden. Ja, wollen wir nochmal rausfahren. Nochmal die weicheren Reifen benutzen. Also an sich hätten wir noch Zeit. Jetzt stehen da noch gute drei Minuten. Wir fahren hier, ja, sagen wir jetzt mal 1.30. Runden wir mal auf. An sich wäre das noch möglich. Also eine Runde zumindest rauszufahren. Also Reparaturzeit wird es hier doch wohl nicht mehr geben. Zumindest zeigt er uns keine mehr an, wenn der Reifen. Beziehungsweise jetzt einfach der Frontflügel ab ist. Und Alonso hält wieder. Wieder, wenn wir gerade rein sind. Ja, Zeit steht es soweit. Dann würde ich mal sagen, schauen wir nochmal aufs Tablet. Und dann nehmen wir nochmal die weicheren Reifen raus und fahren nochmal eine Runde. Auch wenn es bloß eine Aufwärmrunde ist. Ist mir an sich egal. Vor allem Abnutzung bei 0%, obwohl der Reifensatz im Eimer ist. So, dann nochmal raus bitte. Benzin ist zwar jetzt an sich noch zu viel, aber stört mich jetzt nicht. Dann ist das freie Training doch noch nicht vorbei. So, 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 so. Was wir alles verstellen. Bremsballons letztendlich wohl auch noch. Mit dem letzten Handgriff. Vielleicht ist ja doch noch was drin. 1,30 brauchen wir hier in etwa. Bestenfalls fallen wir eben schneller auf unserer schnellen Runde. Also jetzt nicht zu sehr rumtrödeln. Aber auch nicht die Nase verlieren. Ups, Entschuldigung. Hat er jetzt gar nicht bemerkt. Nicht mal eine Verwarnung. Nur gut. Also nicht rödeln, aber auch nicht die Nase verlieren. Oh Gott. Abtriebsverlust, weil im Windschatten. Ja, jetzt ist gerade so die Zeit, wo wir über die Linie hätten kommen müssen. Und wir sind ja jetzt schon in der Lüftskurve. Wie es uns zumindest vorhin angezeigt wurde. Das Hotel hat in den letzten Jahren so oft seinen Namen gewechselt. Das Hotel, was eben namensgebend für die Kurve ist. Da habe ich aktuell auch nicht den Durchblick. Muss ich ehrlich gestehen. Naja, die Rundenzeit ist mir sowieso von hinter. Und vor allem, was hier für Teile noch liegen von vorhin. Was, war da noch eine Strafe? Oder war das bloß die ungültige Rundenzeit, die uns da angezeigt hat? Mit der schwarz-weißen Flagge? Können wir sehen, dass du deine Hinterräder blockierst? Probier die Bremsbarung aus nach vorne zu regeln. Was, Hinterräder jetzt? Vor allem, wir haben schon. Aua. Wir haben jetzt schon gar nicht wirklich Gas gegeben und auch nicht so hart gebremst. Wenn, dann haben wir eher die Vorderräder blockiert. So, eine Runde nochmal schauen, was hier drin ist. Der erste Kohl war jetzt nicht so prickelnd. Wir holen sogar auf Paris auf, aber ich glaube, der ist nicht wirklich schnell, oder? Na? Feindes rausbeschleunigen im zweiten Gang in der Kurve. Das kotzt mich richtig an. Weil das so schwierig ist. Und jetzt im Tunneleingang ist der uns davon gezogen. Oh, hier liegen die Teile immer noch. Fahre ich mal lieber drum herum. Wer weiß, ob das einen Einfluss auf den Blattfuß haben könnte. Ja, super. Boah. Alter, was für ein heftiger Einschlag. Das erinnert ja Nico Rosberg damals zu Williams Zeiten. Ei, 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 ei. Schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bats. Da war erst die Nase weg und dann links. Sind wir natürlich heftig eingeschlagen. Ui, 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 ui. Also nochmal zurückspulen. Das war jetzt die Taste hier seit diesem Jahr. Vor allem erst platzt der Reifen, dann fliegt er ab. Kann ich irgendwie langsam machen? Ja, also früher konnte man das mit dem Gaspedal ganz leicht dosieren. Wirklich zeitlupenmäßig nach vorne gehen. Aber ich kann jetzt bloß Schaltwippe drücken. Und das ist eben entweder 0 oder 1. Beim Gaspedal sage ich mal, es ist entweder 0, 1, 2, Punkt, 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 100. So, hier schlagen wir an. Nase weg. Dann bricht der Wagen natürlich aus. Und Hinterreifen verliert Luft. Und der Vorderreifen fliegt komplett ab. Naja, freies Training vorbei. Nix mit einer schnellen Runde. Naja. Haben wir das auch mal wieder. Zuletzt eben in Singapur bei F1 2014 im McLaren. Damals noch Mercedes. Rückblende nicht verwenden. Ich werde die Session beenden. Ah, wir sind sogar vom Motorrad abgestiegen. Wäre natürlich jetzt ein Witz gewesen, wenn wir aus dem Auto gestiegen wären. Das war ein produktiver Tag für Kimi Raikönig. Er hat es beim heutigen Training auf den ersten Platz geschafft. Ja, so Rundenzeit mäßig ist noch gar nichts. Aber so schlimm mit den guten, sagen wir jetzt mal, 6,5 Sekunden Abstand sehe ich uns jetzt nicht. Die richtige Runde habe ich noch nicht hingebracht. Und wir warten jetzt einfach mal ab im Qualifying. Da wird nichts mehr geprobt. Da wird einfach schnell gefahren, so schnell es geht. Mit dem kompletten Wagen. Tau, da habe ich zum zweiten Mal für die Welt da draußen bei Codemasters Spielen meinen Wagen zerlegt. Ja, Singapur, zweite Saison, F1 2014, auch da ein Stadtkurs. Und es war Qualifying. Jetzt war das freie Training. Und ich habe eben einige Sachen ausprobiert. Einerseits eben das Setup von JGamer. Soweit du? Ja, das passt soweit. Würde ich auf jeden Fall auch für das Qualifying und dann eben natürlich auch für das Rennen nehmen. Danke auf jeden Fall dafür. Mal schauen, wie das eben auf anderen Strecken wirkt. Muss ich einfach mal schauen. Und dann eben noch Tobias mit seinem Hinweis. Wenn man auf Fett fährt, dann wird der Motor heiß. Das haben wir auf jeden Fall bestätigen können. Und ob es wirklich noch einen Leistungsverlust geben wird, das würde ich einfach mal in Kanada ausprobieren wollen. Also bis dahin nochmal warten. Und ansonsten haben wir auch noch das Benzin ausprobiert. Die Anzeige im Infofenster. Benzin Doppelpunkt plus, ich glaube ja, 92 waren es unsere Runden, die wir auch wirklich getankt haben mit 100 Kilogramm. Also Training einfach mal genutzt, wenn auch den Wagen zerlegt. Die Zeit sollte einfach nicht so wirklich ernst genommen werden. Da sind wir im Qualifying mit Sicherheit näher dran. Das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich das Qualifying noch gar nicht gefahren bin. Also, wir sehen uns wieder, wie gesagt, im Qualifying. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.